Ja, hier bin ich wieder, ähm, und heute, äh, ja, heute zeige ich euch, ähm, ja, es können auch ab jetzt nicht YouTuber, also die nicht bei YouTube registriert sind, von mir, äh, also von meinem Channel, was ich gerade so mache, welche Videos ich hochlade, äh, können nicht YouTuber jetzt auch, auch kriegen, die YouTuber, äh, die halt auf YouTube registriert sind, äh, können das auch haben, äh, wenn sie noch mehr News von mir haben wollen, ähm, als erstes geht ihr auf Disco, Disco, 100pogo.endpage.de, so, dann geht ihr auf Newsletter, Was mache ich gerade, was für Videos werde ich weitermachen? Infos über neue interessante Videos, jetzt ganz einfach über den Newsletter, jetzt bestellen. Wie bestelle ich den Newsletter? Als erstes schreibe eine E-Mail an su.pcundmehr.web.de, der Inhalt betrefft Newsletter, Text, E-Mail-Adresse, Beispiel su.pcundmehr.web.de. Das könnt ihr auch über das Kontaktformular machen, aber das hier ist, glaube ich, besser, weil, ähm, ja, dann kriege ich es gleich in mein Support-E-Mail-Fach. Su steht für Support und PC und mehr, das ist halt meine private Homepage, ähm, pcundmehr.endpage.de, so, dann öffnet sich so ein Fenster. Wenn ihr jetzt auf diese Verlinkung da klickt, dann könnt ihr das mit Thunderbird, könnt ihr auch manuell machen, wenn ihr euch jetzt in web.de einloggt. So, dann stand da ja Newsletter, soll der Betreff sein und dann soll man die E-Mail-Adresse eingeben. At Google-Mail.de, nehme ich jetzt mal zum Beispiel, senden. So, dann macht ihr das einfach. Ja, und dann werde ich euch, ähm, äh, ich mich mit euch in den nächsten eins bis zwei, ähm, höchstens eine Woche, eine Woche dauert es, wenn ich im Urlaub bin, aber eins bis zwei Tage ist so gewöhnlich. Ähm, ja, eins bis zwei Tage werde ich mich dann in Verbindung setzen mit euch und jetzt warten wir erst mal, bis Thunderbird diese E-Mail bekommen hat. Die kommt ja irgendwann automatisch rein, müsste gleich kommen. Da ist sie auch schon. So, ich werde dann, äh, ja. Löschen. So, das ist die neue. Ähm, äh, hier können wir jetzt, äh, ja, Ja, werde ich euch eine Bestätigungs-Mail zurückschreiben. Äh, Bestätigung. Bestätigung. So, äh, dann werde ich, ja, halt eine Bestätigung schicken, äh, und, äh, ja, und dann, äh, wenn ihr die Bestätigung bekommen habt. Ähm, äh, wenn ihr das wirklich wahrt, wenn ihr den Newsletter abonniert habt, äh, müsst ihr eine E-Mail, äh, mit keinem Inhalt an mich schicken. Mit keinem, also betreffend nichts und Inhalt nichts. Äh, Äh, und dann, ähm, ja, wenn ihr die E-Mail halt nicht geschickt habt, äh, also wenn ihr meinen Newsletter nicht abonniert habt, dann ignoriert ihr diese E-Mail einfach. Ja, das war auch schon mein Video, wie man den Newsletter von mir abonniert, auch als Nicht-YouTuber. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020